Okay. So, hallo, hallo, das ist mein Klassenzimmer. Hier ist gleich mal meine Tafel hinten dran. Und natürlich hier super toll ausgestatteten Beamer. Und ansonsten ist es aber nicht so gut ausgestattet. Und Computer hast du auch, oder was? Da kommt gleich meine Kollegin. Ah, eine Kollegin? Halla, nein, lassen wir mal. So. Und die ganzen Schülerchen, die kommen noch. Und da hinten an der Wand machen wir nachher noch ein paar Sachen dran. Gleich wird Dragonwood gefahren. Äh, ich glaub nicht.